Endlich ist es soweit. Jetzt am Samstag, am 15.06.2024 wird unser zweites Töning-Treffen stattfinden. Unser Tagesplan ist wirklich ausreichend ausgedeckt. Was wird an dem Tag sein? Wir werden einen Wettbewerb haben für die Fahrzeuge, die bis 11 Uhr bei der Jury sich vor Ort anmelden. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Unsere Pokale sind natürlich wieder da. Der dritte Platz wird 150 Euro Geldprämie und diesen Pokal kriegen. Der zweite Platz wird 250 Euro und einen Pokal kriegen. Und der erste Platz bekommt sage und schreibe 500 Euro Cashgeld und diesen wunderschönen Pokal. Dementsprechend haben wir noch ein Tombola, was wir hier aufgeführt haben. Es ist ein Töning-Menü zusammengestellt worden. Ihr könnt dann beim Menü-Essen diese wunderschönen Sachen gewinnen. Wir haben jetzt natürlich nicht alles hier aufgeführt, weil das sonst nicht hier passen würde. Und einen zweiten Tombola haben wir auch noch. Und zwar könnt ihr diesen BMW 318er i E36 für 30 Euro gewinnen. Wie funktioniert das? Es ist ein Menü dabei. Ihr kauft ein Menü, dann könnt ihr ein Los kriegen. Das kommt in einen Tombola rein, in einen Trommel, was durchsichtig ist. Und am Ende könnt ihr eventuell für 30 Euro diesen wunderschönen BMW E36 gewinnen. Ich hoffe, ihr seid zahlreich da, damit wir das so ein bisschen einschätzen können, wie viele Personen kommen wird. Tragt euch doch bitte vorab schon mal ein, damit wir die Zahl ein bisschen einschätzen können. Oder markiert Freunde, die auf jeden Fall an dem Tag auch da sein müssen. Ich freue mich auf Samstag und wir sehen uns, ihr Lieben, wenn ihr wollt, hier beim zweiten Fest. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020